Hallo Leute, im heutigen Test schauen wir uns nochmal ein Gerät von AGM an und zwar das AGM X6. Hierbei handelt es sich um ein Outdoor-Handy, bei dem der Fokus auf einem alltagstauglichen Design mit vergleichsweise schlanken Abmessungen und geringem Gewicht liegt. Das AGM X6 kostet im Import ab 230 Euro und bietet sogar 5G-Unterstützung, womit es eines der günstigsten 5G-fähigen Outdoor-Smartphones ist. Eine weitere Besonderheit ist die Verfügbarkeit in zwei Varianten, entweder mit normalem Gehäuse oder das AGM X6 Phantom, welches ein transparentes Gehäuse bietet. Stürzen wir uns also in den Test und schauen uns das AGM X6 mal etwas genauer an. Mich hat für den Test das AGM X6 in der Phantom-Variante erreicht. Das Ganze wirkt etwas so, als hätte man ein transparentes Backcover über ein Smartphone mit abgenommener Rückseite gezogen. Spannend finde ich, dass man hier nicht auf ein Mockup des Innenlebens blickt, sondern tatsächlich die echten Innereien des Handys erkennen kann. Durch das relativ schlanke und leichte Design ist das AGM X6 im Gegensatz zu vielen anderen Outdoor-Handys alltagstauglich und liegt nicht nur angenehm in der Hand, sondern passt auch problemlos in Hosentaschen, ohne dabei zu sehr zu stören. Das schlanke Design geht allerdings etwas zu Lasten der Robustheit, denn auch wenn das AGM X6 IP68, IP69K und Military Standard 810H-Zertifizierungen hat, lässt es sich im Gegensatz zu dickeren Outdoor-Handys zumindest mit großem Kraftaufwand ansatzweise biegen. Deutlich stabiler als ein normales Handy ist das X6 allerdings trotzdem. Den Staubschutz hätte man aber durchaus besser lösen können, denn die Anschlüsse haben keine Schutzkappen. Bei Kontakt mit Schmutz kann das Probleme machen, wenn sich beispielsweise Sand oder ähnliches in einem der Anschlüsse verfängt. Ein weiterer Nachteil der fehlenden Schutzkappen ist natürlich auch, dass man die Anschlüsse nach Kontakt mit Wasser erst dann wieder nutzen kann, wenn sie vollständig abgetrocknet sind, ansonsten riskiert man beispielsweise beim USB-Port einen Kurzschluss. Die Verarbeitung bewegt sich insgesamt auf einem guten Niveau ohne unregelmäßige Spaltmaße oder klappernde Teile, die Metallstreben links und rechts verleihen der Haptik einen edlen und robusten Touch, die Tasten sitzen fest im Gehäuse, bestehen ebenfalls aus Metall und liefern einen knackigen Druckpunkt. Als Display kommt im AGM-X6 ein LCD-Panel mit Full-HD-Plus-Auflösung bei 6,78 Zoll Bildschirmdiagonale zum Einsatz. Das Panel ist qualitativ, abgesehen von leichter Schattenbildung um die Frontkamera herum, ganz gut. Es liefert ein scharfes Bild mit stabilen Blickwinkeln, hohen Kontrast und natürlicher Farbwiedergabe. Leider läuft es allerdings nur mit 60 Hz, was ich mittlerweile als nicht mehr zeitgemäß empfinde, da ja heutzutage selbst Budget-Handys in der Regel schon mit 90 Hz-Displays ausgestattet sind. Was die Helligkeit angeht, liegt das Display mit 450 Nits etwas über dem gängigen Durchschnitt günstiger Outdoor-Handys, doch ist die Helligkeit immer noch zu gering für uneingeschränkte Lesbarkeit unter direktem Sonnenlicht. Der Touchscreen erkennt 10 Berührungspunkte und funktioniert zuverlässig und mit brauchbarer Latenz. Angaben zum Displayglas macht AGM nicht, kratzfest scheint es aber zu sein. Im Inneren des AGM-X6 werkelt ausnahmsweise mal kein 5G-Chip von Mediatek, sondern von Unisoc. Unisoc ist bei den 5G-Chips für Budget-Handys erst seit vergleichsweise kurzer Zeit dabei. Der hier verbaute Unisoc T750 ähnelt im Aufbau stark den bisherigen 4G-Chips von Unisoc und setzt weiterhin auf eine Octa-Core-CPU basierend auf zwei Cortex-A76-Kernen, welche diesmal mit 2,05 GHz getaktet sind, sowie sechs Cortex-A55-Kernen mit 1,83 GHz und dazu noch eine malige 57MC2 GPU. Gefertigt wird der Unisoc T750 nun allerdings in 6nm statt 12nm Strukturbreite. Die Alltagsperformance vom AGM-X6 ist grob mit Geräten vergleichbar, die auf den Helio G99 oder Dimensity 720 von Mediatek setzen. Eine solide Mittelklasseleistung also, die für den Alltagsgebrauch ohne größere Ansprüche völlig ausreichend ist. Das Surfen in Chrom läuft zum Beispiel flüssig und Social Media Apps lassen sich auch weitgehend flüssig nutzen. Der relativ üppige Arbeitsspeicher mit 8 GB trägt dazu natürlich seinen Teil bei und sorgt auch für eine anständige Leistung beim Multitasking. Erfreulich ist außerdem die geringe Abwärme vom Unisoc T750. Das AGM-X6 erwärmt sich auch nach längerer Last nur leicht und bleibt im Alltagsgebrauch meist komplett kühl und zeigt entsprechend auch kein Thermal Throttling. Beim Spielen liefert das AGM-X6 in für heutige Verhältnisse weniger anspruchsvollen Titeln wie zum Beispiel Shadowgun Legends auf mittleren Einstellungen eine gute Performance ab. Erstaunlicherweise ist hier aber sogar das sehr anspruchsvolle Genshin Impact spielbar, sofern man mit den niedrigsten Einstellungen und Frameraten um die 30 FPS leben kann. Das hat mich durchaus überrascht, da Genshin Impact auf Geräten mit zum Beispiel dem Helio G99 selbst auf den geringsten Grafikeinstellungen nicht spielbar ist und ständig Hänger zeigt. Der interne Speicher für Apps und Daten ist 128 GB groß und für die Leistungsklasse schnell genug. Weiterer Speicher lässt sich per MicroSD-Karte nachrüsten, belegt dann aber einen der beiden SIM-Slots. Die Sensorausstattung ist vollständig inklusive Kompass und Gyroskop, welche ohne Einschränkungen funktionieren. Die Kartenausrichtung in Google Maps funktioniert ohne Latenz und nach Kalibrierung auch akkurat. Der Fingerprint-Scanner innerhalb der Power-Taste funktioniert abgesehen von einer leichten Verzögerung beim Entsperren gut und zuverlässig. Face Unlock per Frontkamera wird zusätzlich unterstützt und funktioniert bei ausreichend Licht ebenfalls zuverlässig. Was dem AGM-X6 leider fehlt, ist eine Benachrichtigungs-LED. Als zusätzliches Gadget bietet das Handy außerdem ein integriertes Infrarot-Thermometer. Leider gibt es keinen sichtbaren Laser, sodass man nicht ganz genau zielen kann. Abseits davon ist das Feature jedoch ganz gut umgesetzt und erfasst Temperaturen recht genau, wobei die App Modi für verschiedene Körperbereiche und Objekte bietet. Gemessene Werte können als Diagramm und als Liste abgerufen werden. Als Betriebssystem kommt ein Stock Android 14 zum Einsatz, welches ohne Bloatware und mit vorinstallierten Google-Diensten daherkommt. Der Sicherheitspatch war im Testzeitraum leider veraltet und es gab im Test kein Update. Google-Zertifizierung ist vorhanden, Widevine Level 1 DRM fehlt, allerdings hier gibt es mal wieder nur Widevine Level 3, sodass zum Beispiel Netflix nur in SD-Auflösung abgespielt wird. Ein Bug, der mir im Test aufgefallen ist, ist eine Absturzmeldung eines Systemdienstes nach dem Hochfahren des Handys, das tritt allerdings nur einmal nach dem Start auf und stört deshalb nicht weiter. Im Mobilfunk bietet das AGM-X6 einen sehr guten Empfang, auch innerhalb von Räumen und der 5G-Zugang hat im Test mit dem O2-Netz ohne Einschränkungen funktioniert. Die wichtigsten Frequenzen für den Betrieb in Europa und Deutschland werden unterstützt. WLAN gibt es mit dem AC-Standard. Neben dem Router erreicht das Handy eine durchschnittliche Netto-Bandbreite von 284 Mbit pro Sekunde. Ein Stockwerk unter dem Router bleibt die 5 GHz-Verbindung bestehen und es werden noch hervorragende 137 Mbit pro Sekunde erreicht. Bluetooth und NFC funktionieren ebenfalls ohne Einschränkungen, wobei letzteres auch die Nutzung von Google Pay unterstützt. Das GPS irritiert in der GPS-Test-App zunächst mit einer geringen Genauigkeit von maximal um die 6 Meter, trotz sehr gutem Empfang. Im Praxistest beim Navigieren oder Tracking zeigt sich dann jedoch, dass dies ohne Belang ist. Eine aufgezeichnete Strecke bewegt sich ohne Ausnahme genau auf dem zurückgelegten Weg und es gibt auch keine plötzlichen Abweichungen. Die Genauigkeit muss also besser sein, als in der GPS-Test-App angezeigt wird. Verzichten muss man auf Stereo-Lautsprecher, der Mono-Lautsprecher liefert aber immerhin einen ganz passablen Klang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kopfhörer können neben USB-C auch per 3,5mm Anschluss in guter Qualität genutzt werden. Beim Telefonieren wirkt der Ton an beiden Enden klar und natürlich, laute Umgebung erzeugt keine Kommunikationsprobleme, Voice-Over-LTE und Voice-Over-Wifi werden unterstützt, wobei Voice-Over-Wifi mit dem O2-Netz im Test problemlos funktioniert hat. Bei den Kameras ist das AGM-X6 recht spartanisch ausgestattet. Die Hauptkamera besteht aus einem einzelnen Sensor mit 50 Megapixeln und die Frontkamera nutzt einen 16 Megapixel-Sensor. Übrigens scheint man sich kurz vor dem Release des Handys für eine einzelne Hauptkamera entschieden zu haben, denn in den Produktbildern sind noch zwei Kameralinsen zu sehen, während beim fertigen Smartphone dann eine der Öffnungen nachträglich abgeklebt wurde. Da sich die kleinen Hersteller aus Fernost insbesondere mit Multikameras schwer tun, wäre dieses reduzierte Kamerasetup ja prinzipiell in Ordnung, wenn man sich dann wenigstens auf eine anständige Optimierung der einzelnen Kamerasensoren konzentriert hätte. Geschehen ist das allerdings nicht. Speziell die 50 Megapixel-Hauptkamera ist katastrophal schlecht. Sie überzeugt weder bei den Farben noch bei der allgemeinen Bildqualität. Die Fotos wirken komplett matschig und künstlich nachgeschärft. Für mehr als anspruchslose Schnappschüsse ist die Kamera einfach nicht zu gebrauchen. Wechselt man in den 50 Megapixel-Modus, verschwindet die künstlich nachgeschärfte Optik der Bilder und die Farben werden weniger übersättigt dargestellt. Feine Details wirken jedoch nach wie vor recht matschig und außerdem tendiert der 50 Megapixel-Modus stark zu verwackelten Aufnahmen. Etwas besser schneidet die Frontkamera ab, welche wenigstens bei Tageslicht ganz brauchbare Selfies liefert. Innerhalb von Räumen, vor allem bei nicht optimaler Ausleuchtung, geht die Bildqualität dann allerdings recht schnell in den Keller. Videos nehmen beide Kameras mit maximal Full-HD-Auflösung bei 30fps Bildrate auf. Die Bildqualität bewegt sich unter dem Durchschnitt der Preisklasse. Bildstabilisierung gibt es keine. Der Fokus der Hauptkamera ist beim Filmen ständig am Pumpen und die Audioqualität der Videos ist gering. Was den Akku angeht, gibt es hier mit 5000 mAh die übliche Standard-Akkugröße für Mittelklasse-Handys. Die Laufzeit bewegt sich auf einem für Handys mit 6-Nanometer-Chip und LCD-Display typischem Niveau. Eine Ladung reicht bei typischer Smartphone-Nutzung für anderthalb Tage Laufzeit und auch bei recht intensiver Nutzung kommt man ohne Probleme durch einen kompletten Tag bis in den späten Abend hinein. Auf Pass-Charging verzichtet das AGM-X6 jedoch komplett. Geladen wird mit maximal 10 Watt, das ist angesichts des Preises und dem Umstand, dass ja auch abseits dessen schon Sparmaßnahmen umgesetzt wurden, schon arg enttäuschend. Beim Aufladen muss man also entsprechend Geduld mitbringen. Von 20 auf 75% braucht das AGM-X6 eine Stunde und 14 Minuten und von 20 auf 100% sind es dann ganze 2 Stunden und 15 Minuten. Kommen wir dann zum Fazit. Prinzipiell ist das AGM-X6 ja eine gute Idee. Ein Outdoor-Handy mit relativ schlanken Gehäuse und geringem Gewicht, welches vor allem in der Phantom-Variante durch das transparente Gehäuse recht ungewöhnlich und damit interessant aussieht. Kombiniert mit 5G-Unterstützung und einem auf den ersten Blick relativ geringen Preis, zumindest beim Import für ab 230 Euro. So günstig wie es zunächst scheint, ist das Handy jedoch am Ende nicht, denn Sparmaßnahmen bei den Kameras, Stichwort Bildqualität und einzelne Sensoren und auch dem Akku, Stichwort langsames Aufladen mit 10 Watt, führen dazu, dass das AGM-X6 am Ende etwas veraltet wirkt. Zeitgemäß ist das, was hier abgeliefert wird, unterm Strich nicht wirklich und hinzu kommen Unzulänglichkeiten wie das Fehlen einer Status-LED, der zumindest im Testzeitraum veraltete Android-Sicherheitspatch und die voraussichtlich eher schlechte Update-Politik. Ob das alles dann 230 Euro oder auch mehr wert ist, ist fraglich. Klar, ein transparentes Gehäuse ist außergewöhnlich, wiegt aber sicherlich nicht die Mängel des Handys auf. Entscheiden muss das natürlich wie immer jeder für sich selbst, aber ich würde vom AGM-X6 deshalb eher abraten. Zumindest solange das Gerät nicht signifikant im Preis sinkt oder aber zumindest an der Kameraqualität noch massiv per Software-Update nachgebessert wird. Und damit ist dann denke ich alles gesagt. Wenn euch der Test gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Feedback zum Test sowie Fragen und eigene Erfahrungen zum AGM-X6 könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Video.